Erich tritt uns mal bei. Gibt's ne Ankreifer mit Schild, ne ne? Äh, ne, ne, Defender. Du kannst ein Schild nehmen, aber musst halt hinstellen. Ne, was ist ein geiler Defender? Geil, Bandit, Jäger, Puls, Cabrera. Ey, nimm nicht Bandit, das ist mein Typ. Ich will nicht jedes Mal mit dir darum kämpfen, den zu bekommen. Okay, starte der Round, die unten hier drinnen bin, Eiger, da machen wir's. Seine Schwester ins Zimmer? Ne, das war ich. Alter, werde ich die abziehen, ich bin der Beste. Zina, bock mal zur anderen Seite. Oh, ich will das auch sehen. Und der guckt doch zur anderen Seite. new one. Boa! Ich hab, ich hab nicht jedes Mal gekauft, oder? Ach, ich hab nicht mehr gedacht, oder? Ach, ich hab nicht mehr gekauft. Das ist immer ein Schiff, der eine Schlecht gettet. Da kannst du so'n Witz machen. Das bringt Glück mit mir nicht. Den könntest du zum Beispiel schon blitzen nehmen. Alter, drei Leute, die... Gleich... Der hat den Link nicht gewitzt, hat er. Pass auf. Tschüss, tschüss. Ich hab's doch grad gelesen. Geil. Ja, was bringt mir das denn jetzt? Zinnan, bitte beug dich so... ...das... genau. Ich will grad hier nicht beugt. Hä? Boah! Boah! Geil. Schüsse. Zinnan, der ist weiter links. Der kommt durch die Tür. Da! Da ist der Kopf! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Verstanden! So, wir machen jetzt erst Verteidigung. Ich will jetzt... Okay. Ähm, wenn wir dann angreifen, würde ich einfach nur zu dritte rushen. Zinnan mit dem Schild und wir gehen rein. Ich nehm am besten... Aber mit Schilds können wir wirklich gut rushen. Hier der Typ mit dem Hammer. Wie heißt der Typ? Ich hab vergessen wie er... Alter! Zwei Operator, die ich nehmen kann, weg. Erik krieg ich mal meinen Operator wieder. Ja, kannst du... Ähm... Deployable Schild überhaupt nicht. Da kennt man dann irgendwie immer. Ja, das ist scheiße. Wenn ich sowas dabei habe, nehme ich dein Bein. Stell ich das meistens auf, benutze es aber nicht. Also ich setze mich nicht dahinter. Ah! So. Nein! Äh... Oh, ich hab mich selbst ausgesehen. Okay, ich wusste nicht was der macht. Du hast dich selbst gehalten? Ja. Oh. Du bist scheiße, sie nennen. Danke. Äh! Nein, ich wurde entdeckt. Oh, wie schlimm. Boah, Alter, die scheiß Drohne, Alter. Oder war das... lag das jetzt am... hier, dass das weggeht. Es kann doch sein, dass es ne Twitch-Drohne war. Ich weiß nicht. Hast du so'n Schock-Ding bekommen? Dann war's ne Twitch-Drohne. Ja, keine Ahnung. Hast du Schaden bekommen? Ja, ja, ich hab Schaden. Hey. Ähm. Ich glaub, das lag daran, dass ich Schaden bekommen habe. Achso, das kann auch daran liegen, dass dein hier ausgelaufen ist. Du hast bei mir gar keinen Schaden bekommen. Ja, ich glaub, das lag daran, dass ich Schaden bekommen habe. Okay. Bei mir ist ein Fenster offen. Das war nicht ernst gemeint, also. Okay. Hier runter war dann. Mir ist ein Fenster offen. Wurde auch mal gucken zu mir jetzt. FUSE! Ich hör's nicht. Äh, hier oben ist eine Treppe. Ich hör' FUSE nicht. Wieso hör ich? FUSE nicht. FUSE? Boah, Alter. Ich krieg so'n Krebs. Ich hab' 32 Leben verloren durch den FUSE. Okay, unten am Fenster ist auf jeden Fall einer. Der ist extremst böse. Echt? Ja, der FUSE hat eben direkt vor mir gefused. Nice. Nice. Ab rein. Nice. Wo sind die denn, Alter? Ich bin... Äh, bei der Treppe war dort einer, der mich abgeschossen. Äh, hier am Drop, Erik. Ah, okay. Die Treppe ist im Süden. Oh, der ist ge- der ist gejumpt. Mit Schild, ja, ja. Ah, fuck. Blitz, blitz, blitz. Renn, renn. Fuck, ich dachte, ich hätt' es weggeschafft. Ich kam einfach nicht weg vom Plätz. Ich glaub', ich hätte durchgehend draufschießen sollen. Hä? Wow, ich... Ja, fuck. Ich dachte, ich wär um die Ecke rum. Ich seh' einen Gegner bei ihm, aber... Ja, die sind im A. Die haben die FUSE. Ich seh' einen bei A. Ich kann ihn aber nicht markieren. Der ist nach Norden gelaufen. Der ist nach Norden gelaufen. Der Team mit Toten gleich. Oh mein Gott, das ist ja noch einer. Ich hab' ja noch einen Blitz, Alter. Fuck. Nein! Ach! Ich hab' ihn grad noch gesehen! Noobs! Das war jetzt aber eh. Wem spiel' ich hier, Alter? Ich bin nicht zuerst gestochen, doch eigentlich. Stimmt, der Doktor wie ich... Ich bin im ganzen Norden in deiner Ecke. Deswegen wussten die, wo ich bin. Die haben Doktor bin. Ach, wegen dem Handy, ne? Ne, auch wegen den Cams. Die können ja in die Cams gucken. Ach, stimmt. Oh Gott, das ist eklig. Na, toll. Die können ja hacken. Ja, die wie... Oh, ich war mir so sicher, dass da nur... Dass da nur Blitz ist, Alter. Ähm, wir verlieren dann, ne? Wow. Ja, die hätte ja nicht machen können. You are so amazing. Doch, rein, rein mit allen umbringen. So! Ey, Erik! Ach so? Ne, warst du nicht, oder? Ich hab Twitch. Okay, ich dachte, du hast Sledge gepickt. Kann ich euch auch schocken mit Blitz, oder? Ich glaube nicht. Echt? Als ob! Wie eklig! Du musst nicht alleine gehen. Ne, du kannst... Nein, aber du kannst... Das schockt ja nur nach vorne. Huch! Äh... Warum bin ich... Ja, was hab... Ach, Erik, du Pisser! Hast du wirklich mit deiner Twitch Drohne nichts anderes zu tun, als Sinan abzuschießen? Hä? Ich glaub, die Bombe ist nicht oben. Hä? Alter, sieh'n... Erik! Du Pisser! Du hast da zwei Gänge, die zu dir zeigen. Äh, geh mir oben rein durch... durch Hedge. Komm, komm, Leo. Äh... Ach, fuck, ich hab grad... Oh nein, ich hab grad zweimal meinen Blitz gewastet. Fuck! Sinan, komm mal nach oben. Weil... Weil ich dachte, dass der mein Blitz will. Ja, die... Sinan, komm mal nach oben. Warum denn? Einfach auf den Profi. Na ja, wir wollen oben reinrushen. Oh, ich bin aber Profi. Ich weiß, was ich mache. Jo. Hat's irgendjemand was zum Aufspringen? Nein! Bestimmt. Hier, ich hab. Okay. War am, Junge. Ich hab was zum Aufspringen, ja. Vorsicht, 20 Meter Abstand. Achtung, Profi kommt. Ja, aber wenn du ne Flashgranate reinschmeißt, musst du auch reingehen. Geh rein, geh rein. Geh rein, geh rein. Ich bin jetzt gestorben. Äh, ist... Unter dem Loch oder so? Ne, ne? Ne, ne. Nur mir ist kein Loch. Okay. Okay, Erik, du guckst dich kurz um mit der... Ja, ich... Ich bin grad auf der einen Seite. Ich bin jetzt grad Richtung... Okay, ich hör aber auf jeden Fall was drunter. Aber die sind auch wahrscheinlich da. Die sind unten, ne? Hm. Ja, Stairs kommt gleich wahrscheinlich dahin hoch. Sinan, gehen wir hier weiter? Nope! Nein, gerade weiter, Sinan. Gerade weiter. Ne, ich wollte jetzt zum Step in, oder wann? Da sind Treppen! Ich hab ihn einmal angehittet. Okay. Wenn er nochmal piekt, müsste er down sein. Okay, der sterbt, oder? Ne, das ist das Gas von denen. Der wird nicht sterben. Oder? Obwohl. Ich weiß gar nicht, ähm... Wen du angehittet hast. Ah, die Bombe ist hier unten. Äh, nicht in das Gas. Auf keinen Fall. Das ist genau das. Was können wir jetzt machen? Ich könnte vor... Ja, natürlich! Nein, wir sind ja nicht durchs Gas durch. Dann... Hast du kein Problem. Ah, Erik. Was für Spaß. Gott, da ist ja noch einer. Nein! Ich... Oh, ich hasse das, Francesco. Ich würde mal gucken, die Doppel zu wechseln. Okay. Hab einer. Nein! Das ist für Kacke, ey. Erik, wieso hast du mir nicht gesagt, wo der andere ist? Das ist unter der Treppe, oder? Ist das nicht der Treppe, oder? Ist das nicht der Treppe, oder? Ja, aber wo? Was? Was? Mann, ich bin da der scheiß Treppe hingeliebt, ey. Er fängt das mal nachzuladen. Alter. Das ist richtig. Oh, der kann, ey. Der hat nur jetzt echt... Von Stanley nicht genug gespielt. Wir können verstoppen. Alter, was macht? Statt startet den Shotgun und legt sich so weit wie möglich in die Ecke. Teammate, oder? Ist einer hier oben, da, hier, da. Guck da, ja. Heidens Sieg. Jetzt wissen alle, wo er ist, oder? Er ist so tot. Wenn der Gegner jetzt nicht denselben Dumm... Äh, hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Vorsicht, hinter dir. Nein. Haben sie nicht. Oh, das ist natürlich doch glücker, Alter. Oh, Mann. Warum habe ich den? Alter. Die Gegner müssen aber... Ach, wenn er den jetzt geholt hat. Oh mein Gott. Die gehen alle, die wissen... Erster! Ich bin Erster! Ich habe zwei Tote und einen Kill. Ja! Warum bin ich Letzter? Oh, fuck. Der ist vorbeigekommen, oder? Alter, als ob die schon unsere Bombe gefunden haben. Ja, das geht auch voll schnell. Ich liebe es einfach. Wenn, äh... Alter! Teammate! Vorsicht! Der schmeißt den mit Granaten um sich. Jungen von heute. Alter! Boah, ey. So, und jetzt baller ich dir alle... Oh ja, stimmt. Wenn man rennt, steht noch wieder was... So, Leute. Hier ist mit Jägerfall abgedeckt. Na, Leon. Wow! Hey, spinnst du! Junge, Alter! Alter! Wer hat das hingestellt? Erik! Hm? Du sollst ernsthaft spielen, nicht die ganzen Teile nebeneinander stellen. Hä? Warte auf... Warte auf den App. Äh, Fuser? Irgendwo? Ja, wahrscheinlich war das kein Hit. Mach mal oben das Fenster auf, Leo. Oh, da kommt einer durch den Hauptengang. Schieß mal... Mach mal noch mal was auf, Leo. Was? Durch Hauptengang? Okay, doch. Ja, da kommt einer. Be careful. Ja, richtig egoist durch der Lock. Erik, hast du hier hinten das Fenster aufgemacht? Nein! Ja. Aber das ist auch... Da ist auch jemand. Oh, ich hasse es. Wo ist es? Wo ist es? Ja, am Fenster dort. Wo war denn das? Ja, ich weiß schon. Ich hab den gesehen, wollte den abschießen, aber... Oh, ich drücke immer Q, man. Ach, Erik, wir sind die letzten beiden. Oh, die haben unsere Kameras gehackt. Oh Gott, da unten. Oh nein, die haben nicht... Die haben nicht wirklich Tokepi, oder? Oh mein Gott, ich lag. Ja, anscheinend schon. Wer ist es? Da unten ist einer mit Schild. Ich markier. Da. Und noch einer. Da unten sind zwei Leute. Und der dritte könnte hinter uns kommen. Hast du C4 noch? Äh, ne. Ich hab Stacheldraht. Mit. Ach, stimmt. Machen wir kurz unsere Drohnen kaputt. Äh, nicht Drohnen. Unsere Kamera, hier. Ach, das warst du? Ne. Ich höre den Typen mit dem Schild. Okay, Erik, du lebst auf jeden Fall noch. Aber halt nicht besonders gut. Fuck it. Ich hasse das mit den Handys. Nein. Denkst du die kannst kurz ab? Ah! Ich, ich wollte messern. Ja, ich hab so kurz abgelenkt. Jetzt bist du dran. Okay, ich guck dir zu. Äh, rechts in der Ecke ist einer. Beziehungsweise vor dir an der Treppe ist der mit Schild. Steht da in der Ecke an der Treppe. Und ich wurde von oben von der Treppe ausgeholt. Genau da. Okay, ist noch einer? Ja. Da oben. Ja. Hast du ihn? Ja. Äh, hat er keine Knappe? Oh, okay. Fuck it. Das ist echt scheiße mit dem, ne? Weil er einfach stehen bleiben kann. Als ob. Das ist so ein Dreck. Das ist, das ist ein richtiger Drecks-Operator. Aber ich hätte wirklich kriegen können. Das war richtig dumm. Ich hätte einfach schießen können von oben von dem Tisch. Außer hätte ich ihn bestimmt bekommen. Aber ich wusste, dass ich ihn eh nicht schaffe, weil... Alter, 0 zu 3. Was könnt ihr eigentlich?